Guten Tag zu unserem heutigen Webinar. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Data Governance. Und zwar die IB Solution, speziell das Team Data Governance, im letzten Jahr eine Trendstudie durchgeführt. Die hatte eine Laufzeit von circa sechs Monaten und mit der Leitfrage, welchen Stellenwert nimmt Data Governance in der Zukunft bzw. im Jahr 2023 ein. Genau, ich darf heute Ihr heutiger Moderator sein. Mein Name ist Christopher Wiedmann. Ich bin im Team Data Governance bei der IB Solution. Ja, kommen wir auch schon zur heutigen Agenda, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Wir fangen an mit einer kleinen Standortbestimmung bezüglich Data Governance, gehen dann über in die Vorgehensweise, also wie haben wir quasi die Studie durchgeführt und dann sicherlich der Hauptteil heute die Ergebnisse unserer Studie. Hier schon mal der Hinweis, es ist quasi ein Ausschnitt von Ergebnissen. Falls Sie irgendwelche Details nachlesen wollen, können Sie im Nachgang sich gerne die Studie kostenlos auf unserer Webseite herunterladen. Auf Norfolie am Ende ist auch nochmal der Link eingeführt, direkt zur Studie. Und zu guter Letzt gibt es da noch ein Fazit mit einem Ausblick. Ja, kommen wir zur Data Governance Standardbestimmung. Sie sehen jetzt hier beispielhaft diverse Themen, mit denen sich Unternehmen heutzutage befassen oder die auch teilweise sogar Herausforderungen darstellen können. Und diese stehen quasi eng im Zusammenhang mit der Bedeutung von Daten und auch einer gestiegenen Wichtigkeit von Data Governance. Zum einen haben Unternehmen mit einem herausfordernden Marktumfeld zu tun. Ja, schauen Sie sich die letzten Jahre an, die weltweite Pandemie oder auch globale Konflikte, die eben zu gewissen Veränderungen führen. Und hier ist eben ganz wichtig, dass Unternehmen reaktionsfähig bleiben. Oder das Thema des Erreichen von Wettbewerbsvorteilen. Ja, es ist nämlich elementar, dass die Geschäftsentscheidungen eben fundiert sind und auf korrekten, federfreien Stammdaten basieren. Dann stellen Sie sich vor, Sie übernehmen ein anderes Unternehmen. Dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn es gewisse Standardisierungen gibt in Bezug auf den Umgang mit Daten, damit eine gute Datenqualität beibehalten werden kann. Dann der Einsatz von neuer Technologien, wie zum Beispiel einer künstlichen Intelligenz. Hier ist natürlich auch wichtig, dass diese mit ausreichend guten Daten, ich sag mal ja, gefüttert wird. Und der letzte Punkt, die Reduzierung von Risiken. Ja, das kann man vielleicht ganz einfach kurz umdrehen. Werden jetzt Geschäftsentscheidungen auf fehlerhaften Stammdaten getroffen, liegt eben viel höheres Risiko vor. So, dann sehen Sie jetzt hier unsere Erfolgspyramide. Sie sehen es schon in der Überschrift. Ein ganzheitlicher Ansatz ist eben elementar. So, wie ist die Pyramide aufgebaut? Sie sehen es ganz unten, eben Data Governance als Fundament. Und das ist eben entscheidend. Da darauf eben aufgebaut dann das Data Management und auch das Data Quality besteht. Und am Ende des Tages ist eben das Ziel, hier quasi den goldenen Pokal zu gewinnen, dass man eben einen guten Geschäftserfolg hat. Sie können das Ganze, ja, vielleicht mit einem schönen Haus vergleichen. Stellen Sie sich vor, das Haus basiert eben auf einem wackeligen Fundament und ist dadurch einsturzgefährdet. Ja, da bringt Ihnen das allerschönste Haus auch keinen Mehrwert. Dann nochmal eine kurze Wiederholung. Was ist überhaupt Data Governance? Also zum einen lässt sich das als Disziplin des Data Managements definieren. Man beschäftigt sich eben mit der Verwaltung, mit Zugriffen oder auch Berechtigung von Datenbeständen, von einer Organisation oder von einem Unternehmen. Wie schon auf der vorherigen Folie gesehen, stellt es eben ein langfristiges Fundament dar und gibt auch den strukturellen Rahmen vor, damit man eben mit Stammdaten erfolgreicher umgehen kann. Das langfristige Ziel ist es eben, den Wert der Datenbestände zu maximieren, um wie schon gesagt eben zum Beispiel fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen zu können. Neben Personen trifft es auch noch Rollen und Verantwortlichkeiten, sowie verschiedene Stammdatenprozesse, sei es zum Beispiel die Anlage von einem neuen Material beispielsweise. Aber auch passende Stammdaten-Tools und dann im Endeffekt quasi das, was man ausgearbeitet hat, die Data Governance dann später in einem Tool abbilden zu können. So, dann kommen wir auch schon zur Vorgehensweise. Ich habe Ihnen das jetzt hier mal in drei grobe Phasen eingeteilt. Zuallererst die Vorbereitung und der Entwurf der Studie, dann die Verteilung und die, ich sage mal, Überwachung der Studie und am Ende die Auswertung und Konsolidierung der Ergebnisse. Okay, die Vorbereitung und der Entwurf der Studie. Also wir als IBIS Solution haben uns eben erstmal gefragt, ja, warum wollen wir jetzt so eine Studie durchführen? Was ist die Absicht dahinter? Und ganz klar eben erstmal die aktuelle Situation von Data Governance am Markt, aber auch spezifisch in Unternehmen quasi herauszufinden. Dann, was sind mögliche Herausforderungen oder auch Optimierungspotenziale in Bezug auf Data Governance und was sind mögliche Zukunftstrends. Hier natürlich immer unter Berücksichtigung von den Ansprechpartnern und der Zielgruppe. Dann der Aufbau, der natürlich in gewisser Maßen ja auch abhängig ist von der Intention. Wir haben eben eine Struktur aus fünf Abschnitten. Zum einen die Ausgangssituation, was sind generelle Treiber, Herausforderungen, Trends und am Ende dann eben noch die Erwartungshaltung. In dem Zusammenhang ist auch die Tool-Auswahl, um so eine Studie durchzuführen, ja, wichtig. Wir haben uns in dem Fall für Google Forms entschieden. Und natürlich sollten die Datenschutzhinweise immer beachtet werden. Zwecks dem Fragenkatalog haben wir uns dafür entschieden, ja, quasi eine Kombination aus offenen sowie geschlossenen Fragen zu verwenden. Wir hatten so eine klassische Likert-Skala, falls Ihnen das was sagt. Das heißt, ja, von sehr schlecht, schlecht, neutral, gut, sehr gut. Und natürlich, was auch vorteilhaft ist, eine überschaubare Bearbeitungszeit. Ich meine, man kennt es vielleicht aus eigener Erfahrung. Ich sage mal so, die Motivation, die sinkt natürlich umso länger so eine freiwillige Umfrage dauert. Dann, wie haben wir uns die ganze Studie verteilt und auch überwacht? Wir haben uns dafür entschieden, verschiedene Kanäle zu nutzen. Zum einen über Social-Media-Posts, aber auch direkte Ansprachen per Mail oder Telefon. Zum Beispiel, ja, sei es vom Marketing oder auch vom Vertrieb. Und es hat sich eben gezeigt, dass vor allem eine persönliche Ansprache auf Veranstaltungen oder auch Messen mit die beste Erfolgsquote eben hatte. Dann eben die Überwachung, das heißt, das Tracking der aktuellen Antworten und auch Teilnehmer über das, ja, über das dann ausgewählte Tool, damit man eben eine gewisse, ja, Steuerung hat, um möglichst repräsentative Antworten zu erhalten. Und wichtig eben auch, dass Feedback berücksichtigt wird, der bereits Teilgenommenen. Dann die letzte Phase, eben die Auswertung und Konsolidierung der Studie. Zum einen erstmal quasi die Analyse und Sammlung aller Antworten der verschiedenen Teilnehmern. Und diese wurden dann eben bereinigt von fehlerhaften Antworten, die eben nicht verwendet werden konnten. Dann kam es eben zu der, ja, finalen Auswertung. Das heißt, erstmal die Zusammenfassung, was waren jetzt überhaupt die wichtigsten Ergebnisse. Und, ja, bestehen vielleicht auch gewisse Korrelationen, also Abhängigkeiten zwischen bestimmten Fragen. Und dann eben, ja, auch eine Erstellung von einer, ja, Ergebnisdarstellung. Und zu guter Letzt dann eben noch die Veröffentlichung der Ergebnisse. Okay, kommen wir nun auch schon zu den Ergebnissen unserer Studie. Ich würde ganz gern anfangen mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, ja, welche Branchen haben überhaupt hauptsächlich jetzt teilgenommen? Sie sehen es hier schon oben links, eben die Maschinenanlage, Anlagebau, Produktion, die Chemie- und Pharmaindustrie, aber auch die Automobilindustrie war häufig vertreten. Dann, um welche Unternehmensgröße, gemessen an der Mitarbeiterzahl, hat es sich gehandelt. Also man kann sagen, dass mittelständische bis große Unternehmen hauptsächlich vertreten waren. Welche Unternehmensbereiche kamen am häufigsten vor? Zum einen die IT-Infrastruktur, aber auch das Management und die Verwaltung. Unten rechts sehen Sie die Jahresumsätze der teilnehmenden Unternehmen. Zu 53% hatten die Unternehmen eine Milliarde Euro Umsatz oder mehr. Mit 14% noch zwischen 50 und 250 Millionen Euro Umsatz. Und mit 11% immerhin noch 250 bis 500 Millionen Euro Umsatz. So, dann, wie sieht jetzt die Ist-Situation in Bezug natürlich auf die teilnehmenden Unternehmen aus? Hier gaben ca. 5% an, dass Data Governance quasi vollumfänglich im Unternehmen etabliert ist. Ca. 70% teilweise. Und, ja, ein Viertel der Unternehmen sei Data Governance eben gar nicht etabliert. Und an der Stelle ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass gewisse Probleme oder Herausforderungen im Umgang mit Stammdaten im Unternehmen bestehen. Wie zum Beispiel keine klaren Verantwortlichkeiten oder eine schlechtere Datenqualität. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu den Mehrwerten. Hier bezogen auf vergangene Data Governance Projekte. Sie sehen schon, auf der linken Seite eben die verschiedenen Mehrwerte aufgelistet und auf der unteren Seite die Anzahl der Antworten. Zu erwähnen ist an der Stelle auch, dass es quasi schon gefiltert ist, eben nach viel und sehr viel Mehrwert. Auf dem ersten Platz befindet sich eben die Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen, aber auch eine einheitliche, ja, disziplinierte Verwaltung und Pflege von Daten war ein sehr hoher Mehrwert, sowie definierte und dokumentierte Verantwortlichkeiten oder auch Prozesse und eben qualitativ hochwertige Stammdaten. So, dann kommen wir jetzt zu den Herausforderungen. Das heißt, was waren bezogen auf vergangene Data Governance Projekte eben die meisten oder die größten Herausforderungen im Projekt. Auf Platz 1 wurde hier ein begleitendes Change Management angegeben. Auf Platz 2 ein fehlendes Commitment des Managements und mit 29% der Teilnehmenden, denen war eben der Scope unklar. Dann sehen Sie jetzt hier quasi den Gegenspieler. Was können gewisse Gegenmaßnahmen im Projekt sein, um eben die Herausforderungen zu beseitigen? Hier wurde mit 52% angegeben, dass quasi ausreichend Transparenz geschafft werden sollte oder internes Wissen aufgebaut werden sollte mit 43% noch und auf Platz. Also Top 3 quasi professionelles Projekt und Change Management. Ja, was hier ein bisschen, ich sag mal, auffällig war, ist eben, dass fast 50% der Teilnehmer angaben, dass gewisse Herausforderungen oder Hürden im Projekt eben, ja, nicht bereinigt oder nicht entgegengewirkt werden konnte. Was, wie ich finde, schon, ja, sehr interessant ist. Dann nochmal ein bisschen detaillierter bezüglich der Gegenmaßnahme, dass man einen klaren Scope definiert. Es ist eben erstens sehr wichtig, dass man eine klare Vorgehensweise hat. Das heißt, über die Strategie werden gewisse Ziele abgeleitet, ja, was sind bestimmte Anforderungen und dass man am Ende eben erst in die Detaillierung geht. Das heißt, man sollte eine klare Ist-Aufnahme machen. Das heißt, wo stehen wir heutzutage? Hierbei, ja, lässt sich, ja, lässt sich, oder bietet es sich an, eine gewisse, ja, Reifegradanalyse zu machen. Das heißt, welchen Reifegrad hat man heute und welchen würde man gerne in der Zukunft erreichen. Dann ist es wichtig, dass man klare Ziele quasi definiert, welche Themen sollten quasi angegangen werden. Hier als Orientierungshilfe sehen Sie auf der rechten Seite in der Wabenstruktur das Portfolio der IB Solution. Sie sehen schon in grünen markiert, das sind gewisse Kernthemen, die durchaus sinnvoll sind, diese in einem Projekt zu berücksichtigen. So, dann in Bezug auf Change Management, was sollte hierbei beachtet werden? Es ist natürlich elementar, dass quasi Data Governance im gesamten Unternehmen gelebt werden muss, damit es den vollen Nutzen und Erfolg erfährt. Das heißt, in Bezug auf Change Management sollte es eine klare Kommunikation im Unternehmen geben. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie eben über die Veränderung kommuniziert werden kann, sei es regelmäßig über das Intranet oder per Mail oder vielleicht am besten auch persönliche Infoveranstaltungen, wo eben über die Veränderung kommuniziert wird. Dann auch wichtig ist eben, dass ein gewisses Verständnis geschafft wird bei den Mitarbeitenden und dass dadurch auch gewisse Ängste eben genommen werden. Oft besteht vielleicht die Angst, ja, gibt es überhaupt meinen Arbeitsplatz noch nach der Veränderung? Aber vielleicht ist es ja auch so, dass die Arbeit eben durch die Veränderung vereinfacht wird. Was bezüglich der Akzeptanz von so einer Veränderung sicherlich positiv wirkt, ist eben, wenn es eine gewisse ja, Mitwirkung der Mitarbeiter gibt oder auch Verantwortlichkeit oder ja, auch eine gewisse Bevollmächtigung an die Mitarbeiter übergeben wird. Unten rechts sehen Sie noch das Thema Trainings und Schulungen. Es ist nämlich elementar, dass die Mitarbeiter auch ausreichend geschult werden, damit sie eben mit den Prozessen bestmöglich arbeiten können. Sonst ist es vielleicht auch eine gewisse Ausrede, ja, warum wird sich denn nicht an die dokumentierten Prozesse gehalten, weil vielleicht ausreichend oder nicht ausreichende Schulungen oder Trainings vorhanden waren. Kommen wir nun zu den, ich sage mal, zu den Top 5 Treibern, weswegen sich das Unternehmen mit Data Governance befassen sollten. Hier ist es auf zukünftige Data Governance Projekte bezogen und Sie sehen schon, also auf der linken Seite sind wieder die Treiber aufgelistet und unten eben die Anzahl der Antworten. Hier führend war eben der Treiber, wenn es keine klar zugewiesenen Rollen und Verantwortlichkeiten oder auch Eigentumsrechte für die Stammdatenpflege gibt. Danach folgten eben, ja, wenn es keine ausreichende Governance in den Stammdaten oder ja, in den Prozessen der Stammdatenpflege gibt. Danach gefolgt von, ja, einer Einführung von einer neuen Software wird auch Systemänderungen. Hier lässt sich immer ganz gern das Beispiel nennen, ja, wenn es zu einer SV-Transformation kommt, bietet es sich natürlich oft an, vorangestellt, ein Data Governance Projekt abzuwickeln. Dann gibt es ein anderer Treiber, kann natürlich auch sein, wenn dezentrale IT-Landschaften vorherrschen oder wenn einfach keine Transparenz über die Datenlage vorhanden ist. Was könnten dann besonders wichtige Themenbereiche sein, immer innerhalb von einem, ja, von einem möglichen zukünftigen Data Governance Projekt? Hier sehen Sie auf der linken Seite wieder die verschiedenen Themenbereiche aufgelistet und unten wieder die Anzahl der Antworten. Hier auf Platz 1 war eben in dem Bereich, ja, eine möglichst hohe Datenqualität zu erreichen, gefolgt von einer klaren, strukturierten Organisationen und Rollen. Danach eben Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die verschiedenen Stammdaten, Prozesse und dann noch auf, ja, Platz 5 quasi, Top 5, eine klare Strategie und Roadmap, die vorhanden sein sollte. So, dann sehen Sie hier nochmal verschiedene Chancen und Optimierungspotenziale von Data Governance. Zum einen die Erhöhung der Datenqualität oder auch fehlerfreie Stammdaten, um dadurch den Wert der Daten im Unternehmen zu maximieren. Dann kann es natürlich auch zu Kostenersparnissen kommen oder sogar, ja, gewisse Synergien, wenn dann Informationen quasi gemeinsam genutzt werden können. Es kommt zu einer gewissen Sensibilisierung der, ja, der handelnden Personen, vielleicht auch mehr Dokumentation und natürlich auch, ja, eindeutige Rollen und Verantwortlichkeiten, die wiederum führen natürlich zu mehr Transparenz im Datenmanagement. Andererseits stellt Data Governance auch, ja, die Voraussetzungen für die Digitalisierung, aber auch Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicher und die Optimierung der Prozesse. Die werden eben, ja, einfacher, klarer, einheitlicher oder auch effizienter. Dann kommen wir auch schon zum Fazit und Ausblick. Hier habe ich Ihnen jetzt nochmal die Vorgehensweise der IB Solution mitgebracht. Hier sehen Sie eben unser Rahmenwerk quasi, dass auch die verschiedenen, also hier spiegeln sich durchaus die Themen, die auch durch die Studie belegt wurden, wieder. Zum einen das Thema Strategie, also passt überhaupt die Unternehmensstrategie zur Stammdatenstrategie und, ja, ist eine klare Roadmap mit den verschiedenen Themen, die man angehen will, vorhanden. Dann sollte natürlich auch eine Data Governance festgelegt werden, das heißt, die Verankerung von MDM in der Unternehmensorganisation und hierbei sollten dann auch verschiedene Rollen festgelegt werden und zu einer Rolle gehören natürlich auch immer bestimmte Aufgaben, aber auch Verantwortlichkeiten, die die Rolle quasi abbildet. Unten links sehen Sie noch die Definition von Prozessen, also das heißt, die Anlageänderung, aber auch Löschung von den typischen Stammdaten wie Material, Kunden oder Lieferanten. Ganz unten sehen Sie den Governance Rollout. Hier geht es dann quasi darum, die ausgearbeitete Data Governance in ein passendes Tool zu überführen und auch das Thema Change Management anzugehen. Okay, welchen Stellenwert nimmt Data Governance in der Zukunft ein? Also nochmal eine kleine Zusammenfassung, Sie erinnern sich vielleicht an die Anfangsfolie mit dem Vergleich zu dem Haus. Data Governance stellt eben den Baustein oder auch das Fundament dar, um eben ein erfolgreiches Data Management betreiben zu können. Das ist die Voraussetzung, für weitere Anwendungsfälle, denken Sie an die künstliche Intelligenz, die in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Dann auch wichtig zu erwähnen, Data Governance ist völlig unabhängig von der Branche wichtig und auch von der Unternehmensgröße. Das heißt, man kann schon mit überschaubarem Budget Data Governance angehen. Dann der Punkt, es hat sich eben gezeigt, dass Change Management mit zu einem der entscheidenden Faktoren gehört. Ja, wie schon erwähnt, bringt es eben Ihnen nichts, wenn Sie die allerbeste Data Governance ausarbeiten, aber dann in der täglichen Arbeit halten sich eben die Mitarbeiter nicht an die Prozesse. Deshalb ganz wichtig, dass Sie auf ein funktionierendes und ausreichendes Change Management achten. Dann ist natürlich auch immer wichtig, dass das Management quasi, ich sag mal, überzeugt wird in Bezug auf Data Governance. Ja, hier ist wichtig, dass ausreichend Transparenz geschaffen wird. Oft herrscht immer noch der Ruf, dass Data Governance eben nur ein Kostentreiber sei, ja, oder auch viele Neueinstellungen notwendig sind. Das sollte kritisch hinterfragt werden. Ja, oftmals ist es eben so, dass das Data Governance Probleme, die sowieso schon im Unternehmen herrschen, eben aufgedeckt werden. Wenn man sich jetzt nochmal die Frage von Anfang an stellt, die Leitfrage quasi, welchen Stellenwert nimmt jetzt Data Governance für die Zukunft ein, dann lässt sich ganz klar sagen, dass Data Governance für die Zukunft einen sehr, ja, einen sehr hohen, sehr hohen Stellenwert hat und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass Data Governance auch in Bezug auf den Geschäftserfolg keineswegs unterschätzt werden sollte. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt hier nochmal der Hinweis, falls Sie die Studie herunterladen wollen, sehen Sie quasi hier die Verlinkung. Sie können aber auch ganz normal über die Firmen eigene Website gehen und unter dem, ja, unter dem Bereich Data Governance kostenlos bei Interesse die Studie herunterladen. die Studie herunterladen. Das ist die Studie Das ist die Studie herunterladen. Vielen Dank.